Hallo miteinander, in dem heutigen Video stelle ich euch den ABAP Cleaner vor. ABAP Cleaner ist ein Plugin für Eclipse, das zusammen mit den ABAP Development Tools genutzt werden kann. Der ABAP Cleaner formatiert und restrukturiert ABAP Code nach definierten Regeln. Der ABAP Cleaner ist Open Source und in einem GitHub Repository der SAP zu finden. Den Link dazu stelle ich euch in die Videobeschreibung. Wir rufen jetzt also dieses GitHub Repository auf und man sieht hier die ABAP Cleaner besteht aus mehreren Regeln. Wir scrollen runter zu den Installationsanleitungen und kopieren uns hier diesen Link raus. Den benötigen wir später in Eclipse. Danach starten wir Eclipse. Wenn ihr das noch nicht installiert habt, gibt es oben rechts eine Installationsanleitung. So, dann wir klicken hier auf Hilfe. Dann auf Install New Software. Dann kopieren wir hier den Link rein. Markieren hier diese Checkbox für den ABAP Cleaner und klicken. Dann klicken wir hier auf Next. Dann sieht man hier noch Installationsdetails und da klicken wir auf Finish. Dann müssen wir hier noch einmal Trusten und dann auf Trust Selected klicken. Dann wird die Software installiert. Sieht man hier rechts unten. Und nach der Installation müssen wir Eclipse noch mal neu starten. So, wir können uns jetzt in unser System einloggen. Und dann öffne ich hier mein Testpaket, um einen Quellcode zu formatieren. Verwende hier das Programm ZXLSX2ITAP. Das hier ist mein Quellcode. Und jetzt schauen wir, wo dieses Plugin installiert worden ist. Und zwar unter Source Code. Und dann sehen wir hier drei Einträge mit so einem Icon davor. Cleanup with Automated ABAP Cleaner. Cleanup with Interactive ABAP Cleaner. Und eine Config Einstellung. Und hier wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Links der Original Code und rechts der Code, wie er formatiert werden würde nach dem Default Profil. Da kann man auch gewisse Dinge einstellen, wie zum Beispiel, welche ABAP Version mein System hat. Nach dem soll er formatiert werden. Und dann kann man hier noch oben rechts auf diesen Configure Button klicken. Man sieht hier, es gibt zwei Profile. Ein Default und ein Essential. Und das Default Profil unten. Man sieht hier die unterschiedlichsten Regeln. Und bei Default sind fast alle Regeln aktiviert. Man sieht das 63 Regel von 66. Wenn man hier reinklickt, sieht man Beispielcode, wie etwas formatiert werden würde. Links der Original Code und dann rechts der formatierte Code. Wir können da dann ein paar Regeln durchklicken. Und man sieht hier zum Beispiel nicht verwendete Variablen werden dann auch gelöscht nach der Formatierung. Dann was sieht man hier noch? Ja, Formatierung wird nicht mehr der Stern verwendet, sondern das Hochkomma. Dann Vergleichsoperatoren. Dieses Equal oder Greater than, Less than sollte nicht mehr verwendet werden. Es werden dann die wirklich die Vergleichsoperatoren verwendet. Größer gleich, kleiner gleich und so weiter. If not wird nicht mehr verwendet, sondern if, Variable und dann is not. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich immer schon die neuere Variante verwendet habe. Call Method. Der Aufruf mit Exporting und Receiving wird auch nicht mehr verwendet. Wird anders geschrieben. Create Object wird stattdessen schon der neue New Operator verwendet. Das heißt, es passiert hier auch ein Refactoring von Code, von altem Code zu neuer Syntax. Und ja, und die klassischen Align-Geschichten, wo eben die Dinge leserlicher formatiert werden. Hier sieht man es ganz schön bei diesem Methodenaufruf mit den Importing und Exporting-Parametern. Ja, und beim Essential Profil werden nur 28 der 66 Rollen verwendet. Und man kann sich hier auch selber ein Profil kopieren, anlegen und eben einrichten, wie man es braucht oder wie man es für sein Entwicklerteam braucht. Dann kann man hier auch noch im Code selber auf die Zeile klicken, die verändert werden würde. Und man sieht dann rechts hier, um welche Regel es sich handelt, zum Beispiel Unchain into Multiple Statements. Wenn man diese Regel für diese Formatierung nicht verwenden will, kann man die einfach entmarkieren und dann bleibt der Code unverändert, beziehungsweise dieser Teil des Codes. Das gleiche hier bei den Vergleichsoperatoren. Dann scrollen wir runter zu einem Methodenaufruf, wo man eben sieht, dass hier dieser Exporting-Parameter optional ist, beziehungsweise obsolet. Und mit Optional Exporting. Ja, man kann sich dann entscheiden, welche Formatierungen man verwenden will oder eben nicht. Dann können wir hier diese Read-Only Preview schließen, gehen zurück auf das Menü Source Code und klicken jetzt auf Cleanup with Interactive ABAP Cleaner. Hier sieht man nochmal die Formatierung und rechts unten kann man das dann übernehmen. Klicken jetzt auf Apply and Close und dann sieht man hier, das ganze Programm wurde jetzt formatiert. Man sieht die Änderungen von Vergleichsoperatoren, die Variablen. Jede Zeile hat ihr eigenes Data-Command und ja, das ganze Programm wurde jetzt nach mit Hilfe dieses Plugins formatiert. Dann können wir diesen Code nochmal aktivieren. Und ja, und das ganze kann man dann natürlich auf alle möglichen Programme im SAP-System anwenden. Ja, ich rufe hier jetzt nochmal ein Programm von mir auf, das ZQA-Code. Man sieht in dem Fall wäre es eigentlich nur eine Deklaration, Formatierungsgeschichten, die hier geändert werden würden. Ansonsten passt der Code. Ich kann das, ja, kann das übernehmen, wenn ich will oder eben nicht. Ich gehe jetzt hier mal wieder raus. Und ja, man muss sagen, der ABAP Cleaner spart sehr viel Zeit. Er sorgt für ein einheitliches Regelwerk im Entwicklerteam, denn ein immer gleich formatierter Code ist auch von jedem Entwickler leichter zu lesen. Alter Code lässt sich damit sehr leicht restrukturieren und unnötiger Code vermeiden. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo für meinen Kanal und ein Like freuen. Ihr könnt mir auch gerne eure Gedanken in den Kommentaren mitteilen. Ich lese es immer mit großer Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.